Hi, super, dass du wieder hier bist. Heute darfst du mit der Tanja ein tolles Cardio Body Styling machen. Ganz viel Spaß. Hallo ihr lieben Teilnehmer, da ist die Tanja wieder mit dem zweiten Video. Cardio Body Styling, also wieder voll Gas. Ich freue mich jetzt richtig, ich bin jetzt schon geübt. Ich habe mir das so vorgestellt, wir machen jetzt so eine längere Aufwärmsequenz und dann kommen ein bisschen Intervall, also sprich 45-15, machen wir Übungen, dauern nur 45 Sekunden, also alles gut und dann mache ich mit euch noch andere Übungen, andere Musik. Ihr braucht im Endeffekt nur eine Matte oder ein Handtuch, je nachdem was ihr habt, dann braucht ihr irgendwelche Trinkflaschen, aber bitte keine 0,5, 1,5 aufwärts, 1,0 aufwärts. Und was nicht fehlen darf, natürlich die Catslide, aber die darf ich jetzt noch nehmen. Putzlappen oder Waschlappen sind super, also das ist echt der Hammer, die kannst du echt immer nutzen. Solche Dinge, es tut mir leid, ich weiß, ihr tötet mich, aber ihr müsst jetzt durch. Genau, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und wie immer Vollgas. Okay, wir fangen an, einfach ein bisschen aufwärmen, das kennen wir ja alle, marschieren, alles mobilisieren, Kreislauf und Schwung bringen, damit ihr Vollgas geben könnt, alles wird gut. Und ich hoffe, ihr fühlt euch nach der Stunde richtig gut, habt was getan, ihr drückt mir Daumen hoch. Okay, ganz locker, marsch. Atme ein, atme aus. Atme ein, atme aus. Okay, gib mir ein leichtes Step-Touch. Step, step. Die Arme mit nach hinten. Spann deinen Bauch an. Immer Body-Styling-Stunde, heißt, anspannen, komplett. Ellenbuk nach hinten, richte dich auf, zieh den Scheidl zur Decke, alles wird gut. Okay, zieh die Ferse zum Po und denk dran, wenn du deinen Fuß aufsetzt, roll über deine Fußspitze ab, die Ferse. Quatsch. Zieh. Ganz locker. Noch vier, drei. Side to side. Nimm deinen Arm nach vorne, roll die Schulter so ein bisschen ein. Einfach aufdrehen. Zieh. Vier. Drei. Zwei. Dann nimmst du beide Arme nach oben, nach unten. Dreh auf. Dreh auf. Öffne nach oben. Komm, schön dehnen. Auf. Und du bist hier Schulter. Die Fußspitze tippt, langes Bein. Du kennst dich aus. Zieh. Schöne öffnen. Zieh. Gib mir mehr. Vier. Drei. Zwei. Ne Curl. Arme Curl. Zieh von unten. Mach deinen Bezirk fest. Mach deine Faust. Lüben die Ferse ab. Komm. Zieh. Fest. Schön, ne? Hihihi. Komm. Vier noch. Drei. Lass die Arme weg. Zieh. Noch. Wechsel. Richte dich auf. Die Arme dazu. Mach die Arme lang nach oben. Oh komm, bleib gerade. Die Spitzschuld nach unten. Komm. Zieh. Vier. Drei. Zwei. Mach hier aus. Ganz easy. March. Geh tiefer. Hieb die Füße. Richtig auf. Schließ die Beine. Out in. Out. In. Die Ferse abrollen. Komm. Die Arme mit. Jump. Und ab. Und ab. Vier. Drei. Zwei. Step touch. Komm. Jump. Und ab. Vier. Leichtes Springen. Ab. Hone. In. 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 Komm. Komm. Go. Stop. Biste. In. Vier. Drei. Zwei. Step touch. Jump. Hop. Vier. In. In. Dad. Es gibt. Touch. Zwei mal nach rechts. Eins. Zwei. Nach zurück. Jump. Und tiefer. Gap. Ab. Mal. Vier. Drei. Dann schneiden wir was rein. Gib mir nochmal einmal Double Step Touch. Gib mir Squat. Tief. Double. Eins. Squat. Und Double. Chapp. Nochmal. Komm. Schnelle Beine am Platz. Chapp. Okay. Du wirst warm. Du hast dich drauf eingelassen. Gibst voll Gas. Eine ganze Stunde. Komm. Wenn du mich nicht mehr sehen kannst. Drück auf Stop. Das ist blöd, ne? Geht jetzt. Euer Wunsch wird wahr. Tanja auf die Stop-Toss zu drücken. Schnelle Beine. Noch vier. Drei. Zwei. Bitte ein Single Step Touch. Bleibt da. Stop. Mal ab. Achtung. Zwei. Komm. Mit Double Step Touch. Zweimal. Witz fort. Bleibt da. Tief. Nochmal. Chapp. Wenn du willst. Komm. Eins. Tief. Zwei. Tief. Komm. Happ. Nochmal. Achtung. Schnelle Beine am Platz. Schnell. Bleib. 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 Komm, komm, komm. Noch vier. Drei. Dann öffne, schließe. Mit Sprung. Komm. Lande weich. Öffne, schließe. Slow motion. Indie noch. Aus. Vier. Und up. Und up. Achtung. Achtung. Da bist du im Touch von vorne. Chapp. Squat. Tief. Und up. Chapp. Und up. Nochmal. Double. Und up. Nochmal. Double. Achtung. Schnelle Beine. Chapp. Und die Arme mit. Vollgas. Komm. Wir schaffen das. Yes. Noch vier. Drei. Zwei. Öffne, schließe. Langsam. Chapp. Schön anspannen. Fährse ab. Richte dich auf. Fünf. Drei. Zwei. Tipp nach hinten. Rechts jetzt. Tipp. 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 Wenn du mehr möchtest. Schere. Die Arme mit. Mach sie lang. Tief. Schieb die Fiese tief. Mehr. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Dann bounce und glänze. Und flog. Flog. Und flog. Vier. Step touch. Single. Bleib da. Bleib da. Ganz locker. Alles gut. Vorne. Step touch. Jetzt. Ein Squat. Oder? Schau. Komm. Double. Double. Du musst nicht springen. Du hast die Schiene langes. Komm. Schalte Beine. Jetzt. Oder March. Beides geht. Schnell. Komm. Vier. Drei. Zwei. Öffne die Schiene. Jetzt. Jump. Hopp. 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 Vier. Drei. Zwei. Und hier scherde. Oder tipp nach hinten. Arme lang. Schieb die Fase tief. Spannen. Ja. Don't. Zwei. Noch. Hopp. Ja. Ocht. Sieben. Hattig lang. Komm. Spannen kannst du mal anders. Feste. Wie viel? Widerperge nach rechts. Bleib da. Ganz locker. Ganz locker. Step touch low. Komm hier. Wenn du mehr möchtest. Komm nach hinten. Suppents bounce. Vier langsame. Vier. Drei. Zwei. Die Schnelle hin und her. Jump. One up. Vier. Drei. Du bist im Moment. Jump. Jump. Schnell. Langsam. Okay. Alles von vorne. Jump. Erbskippe. Jetzt. Gib mir Sport. Mit oder ohne Sprung. Entscheide selbst. Jetzt darfst du viel mehr machen. Oh nein. Komm. Noch mal. Achtung. Schnell. Beine. Jump. Jump. Vier. Öffne. Schließe. Gute Fersen. Ring, ring, ring. Gli nach außen. Geht schon. Yeah. Komm. Schon fest. Lange Arme. Läuft. Lang. Vier. Langsam. Acht. Schnelle. Jump. Vier langsam. Yes. Mal noch mal. Jump. Acht. Niemal. Drei. Und. Acht. Okay. Single step touch. Bender. Warm. Hier schon. Seh warm hier, ne? Überhaupt. Komm. Übrigens, das Freidach. Drehdach. Sonne scheint im richtigen Raum. Alles wird gut. Vier. Drei. Zwei. Acht. Du stehst. Wir repieten jetzt. Zieh dein Knie rein. Die Arme mit. Schieb die Falsi tief. Up. Rechts steht ganz fest. Links ziehst du ran. Arme mit. 100. War Spaß. Komm, komm. Zieh ran. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Auf vier. Nix beim Bein. Auf links. Links. Zieh ran. Run. Komm. Zieh. Noch mehr. Schieb die Falsi tief. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Zieh. Komm. Zieh ran. Das ist dann lang nicht vorbei. Motivation des Trainers. Geil. Komm, zieh. Ist gleich vorbei. Zieh ran. Run ran. Step up. Step up. Step up. Come on. Geht noch. Sehr gerne. Wie viel? Ich sehe euch nicht. Ich weiß es nicht. Easy. Komm, Harmonie. Vier. Drei. Zwei. Okay. Bounse. Bounse. Schulter locker. Aber es geht mehr, oder? Das ist der Touch. Wir fangen jetzt von vorne an. Eins. Zwei. Ohne. Oder. Mit. Wie du willst. Jump. One up. Komm. Schön arbeiten. Auch wenn ich dich nicht sehe. In den Bräune. Komm. Schnell. Arme mit. Zieh durch. So. Vier. Drei. Zwei schöne. Öffne, schließe. Komm. Yes. Hop. Nee. Okay. Vier. Vier. Ja. Stefan. Okay. Schere. Jump. Du glaubst mich nicht mehr. Du weißt jetzt Bescheid. Komm, komm, komm. Vier. Drei. Zwei. Hohne langsam. Vier. Schnelle acht. Jump. Und work hard. Schnelle acht. Jump, jump. Nochmal, nochmal. Yes. Komm. Das weiß ich gar nicht, wieso ich gehe. Go. Gib mir acht. Super. Okay, jetzt ist Jogging. Locker. Gib die Füße. Wisst ihr, was ich vorhin gesagt habe? 45 Sekunden, 15 Belastung. Kein Hit. Keine Angst. Aber die Übung dauert es gleich. Ich glaube, es ist ganz wichtig für den Kopf. Aber bitte 45 Sekunden durchhalten. Okay? Ganz locker. Jetzt ist mein Bounce. Jump. Schulter noch. Jump. Okay. Jump. Maschierenplatz. All in. Out. In. Out. In. Boot. In. Und über die Füße ab. Zieh tief. Nimm einmal die Arme mit. Ohne Gewicht. Langweilig. Komm. Jump. Jump. Jetzt geht's los. 45 Sekunden. Mach schneller. Viermal Pony. Langsam. Achtmal schnell. Du hörst es am Gong. Du hörst es am Gong. Du hörst es am Gong. Wann es vorbei ist. Jump. Jump. Achtmal schnell. Okay? So schaut's aus. Geht gleich los. Jump. Jump. 25 Sekunden. Achtung. Komm. Alle. Und. Vier. Jetzt mach groß. Denk an Range of Motion. Jump. Du hast bestimmt Platz zu Hause. Ich hier auch. Oh Gott. Komm. Gib mir acht. Acht. Gib mir vier. Komm. Bis es kommt. Gib Vollgas. Jump. Nochmal. Nochmal. Vier. Gib mir acht. Jump. Und nochmal. Jump. Und. Go, go, go. Jump. Vier. Achtung. Relax. 15 Sekunden Pause. Schnelle Squat. Mach ein bisschen langsamer. Schau her. Du setzt dich mit deinem Bobbers auf den Boden. Gewicht auf die Fersen. Fußspitze sind frei. So schnell wie du kannst. Jump. 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 45. Schaffst du. Komm. Tief. Tief. Spann. Geh tiefer. Komm. So wie hier früher. Als Kind. Komm, komm, komm. Zieh tief. Mehr. Gleich vorbei. Das wird gut. Das wird gut. Rechle. Dann fängst du leichter. Komm, komm, komm. Die letzte. Zieh. Warn ab. Noch mehr. Komm. Vier hast du noch. Drei. Und. March. Noch. Okay, nochmal die erste Übung. Viermal langsam, achtmal schnell. Oh Gott, mir ist warm. Schlimm, ne? Ihr könnt jetzt auch trinken. Ich erlaub's euch. Aber nur, weil jetzt diese Zeit ist. Pony. Vier langsam. Hopp. Gib mir acht. Schnelle. Und die Arme mit. Komm, komm, komm. Vier. Und acht. Und sind wir dich. Und. Vier. Schön. Steig um. Komm. Und boin. Nochmal. Schau. Gib mir acht. Komm, gib mir vier. Groß. Gleich vorbei. Und acht. Komm, vier. Groß. Steig um. One up. Relax. March. Schnelle Beine. Schnelle Squat. Tief. So schnell wie du kannst. Denk dran. Der Po zieht nach unten. Gewicht auf die Fersen. Poohspitze frei. Starting. Jump. Komm. Zieh tief. Komm, komm, komm. Mehr. Mehr. Tiefer. Bauch ist fest. Schnell nach hinten. Weg von den Oberen. Zieh durch. Komm, komm, komm. Komm hier. Geht was. Feste. Komm, komm. Immer noch. Go, go, go. Hop. Entspot. Zieh. Wenn du tief genug bist, spürst du deine Oberschenkel. Yeah. Go. Die letzte. Relax. Okay, super. Ganz kurz. Geh nicht weg. Mach die Musik wieder. Ich verändere immer ein bisschen die Geschwindigkeit. Okay, jetzt brauche ich wieder Power. Schnelle Out-In. Zweite Übung. Wechselsprung. Eins, zwei, drei. Jump. Wenn du nicht möchtest, arbeite einfach hier. Bei der zweiten Wiederholung änderst du dein Bein. Okay. Hör dir was. Okay. Ach, das geht schon, ne? So, marschier. Es geht gleich los. Schnelle Beine. Nächste Übung. Jump. Komm. Schnelle Out-In. Wenn dir das zu viel ist, dann marschier Out. Und in. Alles kein Problem. Okay. Ansonsten Vollgas. Yeah. Zieh durch. Nimm die Arme mit. Und zweite Übung mit Rücher. Zieh durch. Komm, 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 komm. Gleich vorbei. Immer noch. Und relax. Super. Wechselsprung. Dreimal. Eins, zwei, drei. Halten. Oder Jump. Wie du willst. Start it. Eins. Halt. Eins. Jump. Oder du hältst nur. Ohne Stress. Komm. Jump. Oberkörper bleibt aufrecht. Arbeite hinten. Geh tiefer. Jump. Nochmal. Mehr. Jump. Komm. Zieh es durch. Spür die Beine. Gleich hast du Pause. Nochmal. Ab. Ab. Stopp. Okay, super. Schelle Audien. Vollgas. Super. Muss ich auch atmen. Wahnsinn, ne? Achtung. Halt. Zieh durch. Komm. Euch macht es mehr Spaß. Komm. Zieh durch. Feste. Komm. Oder march out in. Du entscheidest. Leider. Aber es endet sich bald. Komm. Probe ich dann. Gib mir. Vier. Drei. Denkst du. Jetzt. Jump. Und ab. Nochmal. Super. Pause. Nächste Sequenz. Quatsch. Nächster Sprung. Dreimal. Ein Jump. Oder wenn du hier nur gearbeitet hast, wechselst du jetzt dein Bein. Three, two, go. Zwei. Drei. Halten. Oder Jump. Achte auf die gerade Linie. Fußspitz in eine Richtung. Mehr. Jump. Noch mehr. Noch mehr. Geh runter mit deinem Knie. Komm. Yes. Nummer 45. Was ist das schon? Komm. Nochmal. Noch mehr. Zieht euch. Haltet euch. Und stopp. Super. Passt. Schere haben wir schon gemacht im Warm-Up. Ganz bewusst. Erste Übung. Zweite Übung. Kreuze. Squat. ganz easy. Okay. Du hast noch Pause. Gleich kommt's. Das ist dein Signal. Okay. Wenn du nicht Scherde machen möchtest, zipp nach hinten. Und. Schieb die Ferse tief. Komm. Schön. Wenn du willst, verlängern den Hebel in deine Orme. Komm. Lang. Go, go, go. Fass dich tief. Nach mehr. Zieh deinen Bauch ein. Komm. Ja, das geht nicht da hin. Komm. Lang. Hame. Zap. Komm, komm, komm. Und hab Spaß. Es wird auch wieder anders. Komm. Man gewöhnt sich dran, oder? Kann halt keiner gucken. Komm. Ich bleibe. Relax. Kreuze. Auch hier kannst du selbst bestimmen, wie tief du gehst. Eine Hand am Oberschenkel. Eine Hand zum Boden. 3, 2, 1. Start it. Jump. Und ab. Komm, easy. Runder. Beug dein Knie. Bring dein Knie nach unten. Richte dich auf. Sei stolz. Komm. Sei glücklich, dass du jetzt Radio Body Sending machen kannst. Komm. Zieh durch. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Yeah. Komm. Komm. Noch mehr. Schön. Geh runter. Roll ab. Roll ab. Roll ab. Beuge. Beuge. Ich stimme, oder? Achtung. Stopp. Schere. Oder Tipp. Wie du willst. Arme. Lang. Ich sehe es nicht. Zeige es selbst. Tipp nach hinten. Halle. Lächle. Verlängere ein Hübel. Lächle. Alles ist gut. Komm. Schön fest. Schieb die Fase tief. Sag es immer wieder. Wenn du dran denkst, ich bin ja nicht da. Genau. Einfache Übungen kann jeder. Ganz bewusst. Nichts Komplexes. Komm. Jump. Feste. Feste. Komm. Ist entspannt, oder? Ist auch nur so. Komm. Wir kreuzen. Bleib stehen. Kreuze. Du hast Pause. 15 Sekunden. Nicht länger. Komm. Ich passe auf. Achtung. Kreuze schön tief. Oberkomme. Oberkomme. One up. One up. One up. Tief. 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 Komm. Setz dein Knie nach unten. Du kennst jetzt die Bewegung. Du wirst sicherer. Du wirst besser. Du kannst mehr reingehen. Spann an. Komm. Gib mir mehr. Jump. One up. One up. Das geht nicht die ganze Stunde so. Aber ein bisschen. Komm. One up. Nochmal. Komm. Dein Gump. Yeah. Wieder geschafft. Nächsten zwei Übungen. Für dich. Zweite Übung brauchst du eine Flasche. Erste Übung brauchst du nur dich. Schau her. Nimm ein Bein. Und die Arme nach oben. Gib mir Repeater. Ganz easy. Ein Bein steht. Ein Bein bewegt sich. Arme gehen lang. Du drückst mit deinen Händen auf die Oberschenkel drauf. Okay. Bist du bereit? Die Glocke kommt. Komm. Denk dran. Richtig ranziehen. Komm. Komm, komm, komm. 30 Sekunden hast du Pause. Sind zwei Sekunden länger. Komm. Mach dich groß. Lächle jetzt mal. Freu dich auf die Übung. Komm. Knie zieh dran. Egal welches. Mal machen. Ihr seid im Witz. Go, go, go. Jump. 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 Lange Arme. Keine schweren Arme. Und die Beine mit. Komm. Zieh ran. Zieh ran. 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 Noch dich lang. Hop. Komm. Hop. Wir können uns fast unterhalten. Das ist ja keiner da. Zieh ran. Noch mehr. Komm. 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 Zieh mehr. Links ist ganz fest. Unter deinem Bein, das du hast. Das in den Boden krallt. Spanns an. Dann bewegt das Bein. Zieh es ran. Noch mehr. Komm. Ich brauche die Flaschen. Ich brauche dein Gewicht. Wo ist sie dir? Stell dich hin. Die Beine breiter. Knie nach außen. Nimm die Arme mit. Schau her. Gib mir Butterfly Arme. Beug die Beine. Nimm die Arme nach vorne zusammen. Jump. Schwer genug bitte. 0,5. Nein. 1,0. Okay. 1,5. Super. Zieh ran. Komm. Mehr. Öffne nach hinten. Schließe nach vorne. Geh tiefer mit dem Po. Range of Motion. Komm. Hol dir mehr. Zieh ran. Noch mehr. Feste. Zusammen. Yes. Jump. Noch tiefer. Lass die Arme oben in die Schulterhöhe. Hör nicht auf. Ich habe es gespürt. Es ist gleich vorbei. Immer noch. Und stopp. Okay. Stell die Arme. Flasche nach unten. Ganz locker. Anderes Bein. Seidenwechsel. Arme nach oben. Kennst dich aus. Zieh dein Knie ran. 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 Fest. Auch jetzt ist dein Bein wieder ganz fest im Boden. Dann bewegt das Bein. Zieh dran. Komm. Geh tiefer. Mehr. Zieh ran. 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 Geh noch was. Komm. Schreng dich an. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Schmerz vergeht. Erfolg bleibt. Komm. Komm, komm, komm. Mehr. Zieh ran. Bleib standhaft. So wie. Noch mal. Okay. Wo sind die Flaschen? Die Gewichte. Vielleicht hast du auch Handeln. Kannst du eigentlich nicht zulegen. Das dauert ja noch ein bisschen. Okay. Knie nach außen. Arme nach oben. Schließ die Arme. Butterfly. Geh tief dabei. Jump. Ohren ab. Schön. Schließen. Öffnen. Tiefer. Komm. Ab. Ohren ab. Ohren ab. Noch mehr. 45 Sekunden schaffst du. Wenn du das Gefühl hast, es ist zu leicht, dann ist dein Gewicht zu leicht. Dann kannst du ein schwereres nehmen. Komm. Mehr. Zieh zusammen. Yes. Geh tiefer. Du bist noch was. Komm. Schließ die Arme. Lass sie oben in die Schulter. Du magst weiter. Du hörst nicht auf. Ja. Stell deine Flaschen ab. Okay. Tempo. Passt oder machen wir schneller? Nee, alles gut. Ich brauche dich nach vorne. Ausverschritt. Ausverschritt vor. Du drüppelst. Ausverschritt vor. Du drüppelst. Das Bein wird gewechselt. Im Wechsel. Rechts, links. Okay. Du wartest wieder auf den Gong. Rechts vor. Dribble. Links vor. Okay. Ganz easy. Rechts. Oberkörper bleibt hinten. Knie ist hinter deiner Fußspitze. Du setzt dich zurück. Wenn du nicht drippeln möchtest, mach einfach so. Rechts nach vorne. Und links. Nimm mein Bein. Vor. Job. Tief. Und. Yes. Komm. Mehr. Tief. Nochmal. Komm. Zieh. Hab. Tief. mehr. Geh. Nach unten. Komm. Spann an. Spann an. Spann an. Spann an. Runde mit dem Knie. Komm. Noch mehr. Zieh. Holla. Steh. Deine Flaschen. Bleib da. Stell dich hin. Wir tippen nach hinten im Wechsel. Nimm die Schulter tief. Nimm deine Arme mit. Zieh nach hinten. Zieh nach hinten. Tipp. Tipp. Wenn du möchtest, hebe ein Bein. Im Wechsel. Lass die Schultern unten. Lass dein Gewicht hinten. Hinter deinen Bobbers. Okay. Streck dein Bein. Streck dein Bein. Schultern unten. Schulterblätter zusammen. Schieb die Ferse nach oben. Lass die Arme hinten. Spür dein Trizeps. Zieh hoch. Komm. Chop. 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 Feste. Zieh. Und ab. Noch mehr. Komm. Ab. Nochmal. Du hast die Flaschen schon da, oder? Lass sie da. Ihr könnt ihr das genauso schön mitmachen. Ausfallschritt. Dribbel. Gib mir Bizeps Curl. Okay. Halle. Yes. Chop. Oder? Oh ne. Wie du willst. Okay. Komm. Chop. 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 Denk an den Oberkörper. Geh runter. Tief. Mehr. Spann die Bizeps Curl an. Komm. Chop. 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 Arme fest. Geh runter. Immer noch. Yeah. Okay. Tipp nach hinten. Und wechsel. Die Arme mit. Und dein Bein mit. Lass die Schultern unten. Schulterblätter zusammen. Zieh nach hinten. Tipp rechts links. Tipp. Tipp. Okay. Wenn du möchtest, heb dein Bein. Feste. Bauch ist fest. Ganz. Schulter locker. Lass die Hände hin. Und spann deinen Triff zusammen. Komm. Du könntest auch Bierflaschen nehmen. Was sind Bierflaschen? 0,5. Das geht gar nicht. Scheiße. Komm. Keine Bierflasche. Zieh rück. Komm. Natürlich Wasser. Stefan. Zieh. Und ab. Und ab. Und ab. Das war jetzt echt entspannt, oder? Okay. So, next one. Passt. Ganz entspannt. Zwei haben wir noch so in der Art. Oh Gott, oh Gott. Schnelle Beine. Erste Übung. Vollgas. Die ist kalt. Jetzt. Zweite Übung im Stütz. Zeige ich gleich, wenn es soweit ist. Jetzt brauche ich erst mal schnelle Beine. Also irgendwas hängt hier. Einfach schnelle Beine. So schnell wie du kannst. Wenn es dir zu viel ist, marschiere einfach. Das geht immer. Okay? Wenn du mehr willst, push dich hoch. Ganz locker. Bleib in Bewegung. March. Hörst sie um. Und legst los. 45 Sekunden. Komm. Ganz locker. 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 March. Steh die Beine. Komm. Jump. Okay. Und damit es nicht so langweilig ist, drehst du dich mal. Und die Arme mit. So schnell wie du kannst. Dreh dich weiter. Und die Arme mit. Komm. Hopp. Ich hoffe, du siehst jetzt nicht, was du putzen musst. Weil die Sonne scheint. Mach's lieber abends. Siehst du keine dreckigen Fenster. Mach lieber Sport. Es gibt mehr Glückshormone. Komm. Zieh durch. Ganz schnell. Komm. Dreh weiter. Nimm die Arme weg. Mach voll Lärm. Bis der Nachboden weiß. Du hast was getan. Relax. Okay. Gut entstürzt. Ellbogen. Du marschierst. Ganz easy. Nach rechts. Und nach links. Okay. Wenn du hast. Nimm die Matte. Wenn nicht nimm eine Hand. Lass den Bobas unten. Komm. March. March. Bleib unten. Bleib im Brett. Wenn's nimmer geht. Dann halt ihn nur in Blank. Blank ist super. Komm. Ganz komm. Okay. Komm. Zieh. Man up. Zurück. Man up. Bleib unten. Wo ist dein Bauch? Nö, nö. Wo ist dein Po? Fest. Komm. Zieh. Man up. Zurück. Man nicht mehr. Jump. Noch mal. Man, oh man. Komm, 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 komm. Zieh. Bleib unten. Gleich vorbei. Eins. Zwei. Und Knie am Boden. Steh langsam auf. Ganz entspannt. Schnelle Beine. Ganz schnell. Pass auf, dass die Matte nicht wegrutscht. Gerade so am normalen Boden. Okay. Schnelle Beine. 45 Sekunden. Das ist eine Pause. Nicht nur lange. Jetzt geht's los. In. Komm, komm. Ich mach's schon. Fest. Komm, komm. Dreh dich. Arme Beine. Zieh durch. Mach weiter. Komm, komm, komm. Mehr. Okay. Bleib da. Geh runter. Ellbodenstütz. Wenn's zu viel ist, bleib im Stütz. Alles ist gut. Okay. Wenn's geht, lauf nach rechts. Lauf nach links. Oh nein. Und. Eins. Zwei. Nach rechts. Oder bei dir umgekehrt. Je nachdem, wie du arbeitest. Oder wo du arbeitest. Oder wo du arbeitest. Oder wo du arbeitest. Und wo du arbeitest. Du hast den Kugentern. Zieh. Und ab. Noch mal. Up. Und ab. Mehr. Jump. Komm. Zurück. Halt dich durch. Komm. Spann an. Und mal. Komm, komm, komm. Bis zum Schluss. Stopp. Knie nach unten. Relax. Steh langsam auf. Ihr wisst schon, wegen dem Kreislauf. Okay. Es geht weiter. Next one. Nimm deine Waschlappen oder Putzlappen. Je nachdem, was du hast. Komm in die Knie. Komm am Boden. Du darfst die Arme strecken. Spannst deinen Bauch an. Lässt die Schultern locker. Ziehst die Knie dann. Ich weiß, ihr fühltet mich jetzt. Du bist jetzt durch. Okay. 45. Komm. Damit ihr mich nicht so sehr vermisst. Komm. Zieh ran. Schulter locker. Es sind nur 45 Sekunden. Komm. Wir schaffen das. Zieh, zieh, zieh. Komm, 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 komm. Knie dann. Halt dich durch. Geht. Zwei Drogen. Harmonie. Komm, komm, komm. Mehr, mehr, mehr. Mehr, mehr, mehr. Yes. Komm. Warn ab. Warn ab. Fester Bauch. Da geht noch was. Komm. Nochmal. Stopp. Knie ab. Steh ordentlich auf. Nimm deine Lieblingsteile ein bisschen weg. Zweite Übung. Du stellst dich hin. Nimmst deine Schultern tief. Nimmst ein Bein weg. Hältst. Und gibst mehr. Ganz leichte Bounce. Muskelzylinder. Neig dich zur Seite. Schön vor. Vor. Spann an. Komm. Ich will Kraft in deinen Armen. Versuch. Dähne Seite. Komm. Heb dein Bein. Schön. Komm. Zieh durch. Immer noch. Komm, komm, komm. Fester. 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 Die letzten. Komm. Nochmal. Und. Stopp. Da sind sie wieder. Komm runter. Okay. Schön. Fächer deine Finger auf. Hast du mehr Stand? Hast du die Schultern locker? Gib deine Knie. Zieh ran. Komm. Guck mal. Schön den Boden wischen. Wir können ja jetzt nach rechts und links gehen. Wird alles sauber. Komm, komm, komm. Das sollst du ja Spaß haben. Hast du auch, oder? Ich schau dich nicht an. Komm. Zieh ran, ran, ran. Komm. Dann ist die Übung auch vorbei. Und die kommt heute nicht mehr. Komm, komm, komm. Zieh ran. Zieh ran. Zieh ran. Zieh ran. Zieh ran. Schaffst du. Halt dich durch. Bitte, 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 bitte. 45. Immer noch. Und. Wow. Alle durchgehalten? Bestimmt. Weg damit. Brauchst du noch. Die Übung kommt nicht mehr. Okay. Neig dich zur Seite. Schulter tief. Die Arme nach vorne. Und. Stopp. Stopp. Neig dich mehr. Linkes Bein fest. Rechtes Bein schiebt zur Decke. Schiebt die Ferse weg. Komm. Mehr. Zieh, zieh, zieh. Komm, komm, komm. Mehr, mehr, mehr. Schön nach vorne. Fächer dich auf. Komm, komm, komm. Bleib hier. Spann an. Chopp, chopp, chopp. Chopp, chopp, chopp. Chopp, chopp, chopp. Gleich vorbei. Dann marschierst du. Bleib stehen. So wie ich. Komm, komm. Und. Relax. Okay. So. Jetzt hast du keine Pause mehr. Jetzt machen wir einfach so durch. Ein paar Übungen noch für dich. Dann noch ein bisschen Bauch. Und dann noch ein bisschen Stretch. Aber das ist ja immer nur ganz klein. Das kannst du selber für dich im Anschluss machen. Du kennst dich ja aus. Okay. Ich möchte jetzt, dass du noch einmal deine Lieblingsteile holst. Waschlappen, Putzlappen, was du hast. Ist mir völlig egal. Stell dich bitte drauf. Mit beiden Füßen richtig fest. Such dir einen schönen Stand. Beug deine Knie leicht. Bring deine Schulter nach hinten. Und nimm ein Bein. Egal ob rechts oder links. Und zieh mit deinem Bein nach außen. So. Jetzt möchte ich, dass du dein Standbein schön beulst. Und jetzt drück mal ganz feste deinen Fuß, der nach außen schiebt, in den Boden. Ganz feste. Komm. Und dann beobachtest du mal, dass du spürst. Komm. Zieh mal. Raus. Zieh raus. Drück mal ganz feste deinen Fuß in den Boden. Du darfst nicht aufhören. Okay. Immer feste arbeiten. Komm. Wenn der Kurs vorbei ist, hast du Pause. Das reicht. Vorher brauchst du keine. Zieh nach außen. Zieh nach außen. Mach dich fest. 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 Okay. Oder? Nein. Komm. Ihr könnt mich ja jetzt nicht tötern. Komm. Zieh nach außen. Schön langsam. Schiebst du dein Bein. Schön raus. Achtung. Zieh acht. Sieben. Aber ihr wisst, ihr habt zwei Beine. Machen wir sechs immer, oder? Nein. Zieh raus. Immer noch. Achtung. Wechsel dein Bein. Nimm dein anderes Bein. Zieh raus. Standbein gebeugt. Schieb deinen Fuß fest in den Boden. Komm. Zieh raus. Zieh raus. Zieh raus. Und raus. Und raus. Und raus. Feste. Zieh. In einer Linie arbeiten. Komm. Beug dein Bein. Lass es gebeugt. Zieh raus. Mach dein bewegtes Bein lang. Komm. Zieh raus. Mehr. Und ab. Und ab. Und ab. Nochmal. Komm. Spürst du schon was? Komm. Noch mehr. Zieh. Wenn ich noch ein bisschen was spüre, ich auch irgendwann mal was. Wenn die Pause noch länger ist. Ich mache natürlich was. Komm. Zieh raus. Ich bin auch nicht faul. So wie ihr. Komm. Ich hätte gesagt. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Komm nach außen. Vier mehr. Drei. Zwei. Okay. Stopp. Gib mir Squat. Geh tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Vier noch so. Dann möchte ich, dass du dein Bein im Wechsel nach hinten schiebst. Zieh. Zieh. Geh tief. Mach dein Bein lang nach hinten. Topp. Und ab. Und ab. Wenn dein Waschlappen oder dein Putzlappen verschwinden will, hol ihn zurück. Komm. Noch mehr. Zieh rück. Und rück. Nochmal. Okay. Ich möchte, dass du bitte nur dein rechtes Bein nach hinten nimmst. Zieh. Zieh. Okay. Jetzt bleibst du unten. Zieh ran. Zieh ran. Geh tiefer. Du darfst dich abstützen. Schulterlock. Komm. Gib mir die ersten acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Du wechselst dein Bein. Komm. Zieh ran. Jump. Noch mehr. Ja. Komm, 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 komm. Zieh. Und ran. Immer noch. Komm. Geh tiefer. Ja. Yeah. Yeah. Okay. Komm, komm, komm. Zieh ran. Zieh ran. Zieh ran. Okay. Ich möchte noch. Acht. Sieben. Dann brauche ich wieder dein anderes Bein. Und zwar kreuzt du das. Einfach schräg nach hinten. Achtung. Dein anderes Bein. Jetzt. Zieh. 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 Kreuze. Komm. Mehr. 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 Geh nach unten. Oberkammer aufrichten. Immer noch. Immer noch. Komm. Zieh tief. Komm, komm, komm. Immer noch. Die letzten. Acht. Sieben. Sechs. Dann dein anderes Bein. Komm. Ab. Nochmal. Zieh. Wechsel dein Bein. Ohne Pause. Jump. 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 Komm nach unten. Zieh tief. Kreuze. Knie tief. Knie tief. Knie tief. Knie tief. Bein. Komm. Immer noch. Immer noch. Zieh. Und ab. Noch mehr. Okay. Okay, auch hier noch. Acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Zwei mehr. Okay, stopp. Bleib da. Lass deine Füße auf deine schönen Putzlappen. Komm nach unten. Knie am Boden. Nimm mal deine Ellenbogen tief. Bring die Beine nach hinten. Schulter locker. Nimm dein rechtes Bein und linkes Bein im Wechsel nach außen. Bleib hier. Spannung. Du musst unten. Schulter locker. Ganzkörperspannung. Achtung. Drei. Schnelle. Rechts nach außen. Eins. Zwei. Drei. Zieh zurück. Linke Seite. Eins. Zwei. Drei. Zieh zurück. Drei mal rechts. Komm. Eins. Zwei. Drei. Zieh zurück. Mal links. Drei. Zwei. Eins. Zieh zurück. Halte. Nur halten. Beug deine Knie. Locker. Schulter locker. Spann deinen Bauch. Gut. Beugen. Ganzkörperspannung. Komm. Tapp. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier mehr. Drei. Zwei. Stoppen. Halten. Bring deine Knie tief. Löse. Nimm deine Hände. Schieb dich ganz kurz zurück. Schulter locker. Okay. Komm nach vorne. Setz dich auf deine Matte. Nimm deine Flaschen. Als Gewicht. Okay. Du darfst nach hinten rollen. Langsam. Nimm deine Hände. Brusthöhe. Und schieb mal deine Arme. Nach oben. Komm. Anstatt Liegestütz. Zieh nach oben. Zieh nach oben. Hoch. Komm. Jump. 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 Mehr. Gib mir. Ocht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Bleib oben. Mach ganz kleine. Push. 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 Kleine, kleine, kleine. Komm. Hoch. 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 Okay. Gib mir vier mehr. Noch vier. Drei. Dann hältst du oben. Zwei. Halte oben. Und deine Arme. Öffnest sie auf zwei nach außen. Und wieder hoch. Okay. Gleichmäßig. Zieh tief. Und hoch. Komm. Öffne. Und schließe. Mach die Arme lang. Seitlich. Nicht ablegen. Hoch. Nochmal. Komm. Okay. Beim nächsten Mal bleib unten, aber nicht ablegen. Mach ganz kleine. 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 Stell die Fersen schön auf. Drück deinen Rücken in die Matte. Schieb hoch. Okay. Hebe deinen Kopf an. Bleib da. Bleib da. Lassen die Arme nach oben. Auf zwei. Und schließe. Und hoch. Und ab. Lass die Arme oben. Stopp. Und die Beine mit hoch. Zieh dich raus. Hebe den Oberkörper. Schön raus. Zieh dich zu deinen Füßen. Und fühl dich da. Schieb hoch. Hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Schieb nach oben. Nach oben. Nach oben. Und er geht nur mehr. Nach acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Halte oben. Stopp. Und die Arme tief. Leg deine Flaschen ab. Bring deine Hände an den Kopf. Lass die Beine hoch. Und bring deine Beine. Wechsel. Gestreckt. Nach unten. Okay. Lange Hebel. Komm. Zieh tief. Schieb die Fersen weg. Mach dein Bein lang. Lass den Oberkörper oben. Atme. Komm. Schieb tief. Noch mehr. Komm. Okay. Gib mir acht. Ocht mehr. Sieben. Sechs. Komm, komm, komm. Und ab. Nochmal. Komm. Die letzten. Geh noch. Wie immer, ne? Komm, komm, komm. Okay. Vier. Vier. Drei. Drei. Zwei. Lass die Beine still. Nimm den Oberkörper. Hoch. Tief. Stell die Füße nacheinander ab. Konzentriere dich auf den Oberkörper. Schieb den Oberkörper weit nach oben. Komm, schau diagonal zur Decke nach oben. Atme aus. Und ein. Komm. Mach weiter. Mach weiter. Bring deinen Ellenbogen zum Gegenknie. Dein Knie zieh dran. Diagonal arbeiten. Wenn du kannst, berühr mit deinem Ellenbogen dein Knie, dein Oberschenkel. Komm. Schrägseitig arbeiten. Zieh. Ran. Und ran. Und ran. Schön drehen. Noch mehr. Achtung. Komm gerade hoch. Lass die Füße unten. Komm hoch. Und hoch. Bring die Füße weg. Aber die diagonal. Jetzt. Schieb jetzt ein Bein weg. Komm. Ellenbogen zum Gegenknie. Anderes Bein schiebt in die Streckung. Komm. Und ab. Und ab. Und ab. Noch mehr. Zieh. Immer noch. Komm. Gib mir acht mehr. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier mehr. Zwei mehr. Jump. Nur der Oberkörper geht hoch und tief. Lass die Beine still. Komm hoch. Und hoch. Und hoch. Gib mir vier mehr. Dann bleibt der Oberkörper oben. Beine hüftbreit geöffnet. Stopp oben. Bring die Ferse gleichzeitig. Tief. Und hoch. Tief. Kurz tippen. Und hoch. Komm. Tief. Gleichmäßig hoch. Lass den Abstand zwischen deinen Knien gleich. Drück deinen Rücken in die Matte. Wenn du es nicht kannst, wenn du Probleme hast, lass die Beine oben und arbeite klassisch. Mit dem Oberkörper hoch und tief. Komm mehr. Zieh nach unten. Okay. Gib mir acht. Und hoch. Sieben. Und hoch. Komm. Sechs. Und hoch. Vier hast du noch. Vier. Hoch. Noch mal. Drei. Und hoch. Zwei. Letztes Mal. Dann lässt du die Beine oben still. Nur der Oberkörper kommt hoch und tief. Komm hoch. Stell langsam nacheinander die Füße ab. Bring die Knie zusammen. Lass beide Knie auf eine Seite fallen. Bewegung bleibt. Bewegungsvorgang hoch und tief. Schau diagonal zur Decke nach oben. Komm hoch und tief. Komm. Drück die Knie zur Seite. Zieh hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Gib mir acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Mach weiter. Komm in die Mitte mit den Beinen. Heute Pause. Quatsch. Brauch dir nicht. Knie auf die andere Seite. Zieh hoch. Komm. Weit nach oben. Schön. Schön. Komm hoch, komm hoch. Mehr. Hoch. Und hoch. Und hoch. Dann die letzten. Vier. Drei. Zwei. Mach weiter. Bring die Knie in die Mitte. Bleib da. Komm hoch. Und hoch. Und hoch. Komm. Zieh. Bring die Füße nochmal weg. Knie anwinkeln. Bring deine Beine. Ran. Schieb sie weg. Zieh ran. Ran. Heb dein Gesäß so ein bisschen ab. Komm. Mehr. Komm. Okay. Die letzte. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier mehr. Drei. Zwei. Bitte nur den Oberkörper. Beine still. Vier. Drei. Oh. Zwei. Halt die oben. Stell die Füße tief. Okay. Die Musik sagt, Zeit für Entspannung. Leg deinen Oberkörper ab. Stell die Füße ab. Steck die Beine durch. Mach dich lang. Genieß deinen Zustand. Leg deine Arme ganz bequem ab. Du hast es geschafft. Schließ deine Augen. Sei stolz auf dich. Schenk dir so ein inneres Lächeln für deine Leistung. Sei einfach nur glücklich, dass du es durchgezogen hast. Versuch so ein bisschen loszulassen, zu entspannen. Versuch so ein bisschen tiefer einen auszuatmen. Dein ganzes Körpergewicht in die Matte abzunehmen. Lass deine Füße nach außen fallen. Nimm die Spannung raus. Lass deine Schultern. Lass deinen Nacken. Öffne leicht deinen Mund. Und nimm auch hier die Spannung raus. Entspann deine Kiefermuskulatur. Und lass einfach die Einatmung kommen, die Ausatmung gehen. Du hast jetzt keine Aufgabe mehr. Einfach genießen deinen Zustand, der hoffentlich ein bisschen kaputt ist. Zieh langsam deine Fersen zum Gesäß. Berühr deine Fuß hoch. Und drück deine Knie nach außen um. Und bleib so. Deck deine Arme zur Decke nach oben. Berühr deine Ellenbogen. Fass deine Ellenbogen. Und leg deine Ellenbogen, deine Arme jetzt einfach hinten ab. Drück die Schulter tief. Auch wenn es nicht ganz so angenehm ist. Mach mit. Bring die Knie nach außen. Und bring die Arme nach oben. Streck die Arme. Leg sie ab. Schließ die Beine. Lass beide Knie auf eine Seite fallen. Egal auf welchen. Leg deinen Gegenarm aus. Und drück beide Knie ganz tief. Gegen Schulter tief. Jetzt drehst du dich bitte mit deinem Oberkörper zu deinen Knie. Damit du in die Seitlage kommst. Und deinen oberen Fuß greifst. Drück dein Becken nach vorne. Lass die Schultern lockern. Zieh dein Knie nach hinten. Spür die Dehnung in deinem Oberschenkel. Schon halten. Und lass los. Leg dich ab. Bring beide Knie auf die andere Seite. Dein Arm legt schon aus. Drück die Knie tief. Du kannst auch mit deiner Hand noch nachdrücken. Gegenschulter drücken maximal nach unten. Halte. Spür so eine kleine Dehnung in deinem unteren Rücken. Das Seid. Und dann dreh dich auf die andere Seite. Schau zu deinen Knien. Du musst mich nicht sehen. Egal wo du hinschaust. Nimm deinen Fuß. Drück dein Becken nach vorne. Und spür die Dehnung in deinem Oberschenkel vor der Seite. Schön nach vorne drücken. Immer eine leichte Dehnung spüren. Und lass los. Ganz langsam. Leg dich ab und komm in die Mitte mit deinen Knien. Auch mit deinem Oberkörper. Und hol dir deine Beine. Fass deine Beine. Lass sie hängen. Beweg mal deine Füße. Mobilisier deine Fußgelenke. Schultern locker lassen. Und dann stopp. Bring deine Beine nach oben zur Decke und nimm deine Hände mit. Greif mit deinen Händen deine Füße. Wenn du das nicht kannst, dann nimm die Wade. Stress dich nicht. Das ist alles gut. Dann nimm die Beine. Wenn du möchtest, auch weiter nach hinten. Wichtig ist die Streckung in dein Bein. Du darfst jetzt durchstrecken. Lass die Schulter locker machen. Richtig lang machen. Und komm zurück. Bring deine Beine in die Grätsche nach außen. Drück die Fersen weg. Spüle die Dienung. Atem. Schulter locker. Schließ die Beine. Deine Hände weg. Und deine Hände auf die Oberschenkel. Du kommst mit Schwung nach oben, den du noch hast. Setz die Füße auf. Bringst deine Füße einfach auf die Seite, damit du in den Vierfüßen standbekommen kannst. Bring deine Hände in die Schulterhöhe. Mach dein Herz ganz. Zieh deinen Bauchnabel zur Größe. Die Schulter blenden auseinander. Lass deinen Kopf einfach hin. Alles gut. Und gerade in Betracht. Mach deinen Rücken hoch. Kopf hängen lassen. Und gerade. Und stopp. Stell deine Füße an. Maschine mit deinen Händen nach hinten. Lass die Hände wussten. Steck deine Beine durch. Und jetzt löse mal deine Arme. Lass dich mal komplett hängen. Lass den Kopf hängen. Lass die Hände hängen. Und dann rollst du ganz langsam nach oben. Ist dir Zeit. Jetzt haben wir keinen Stießmein. Lass den Kopf hängen. Und du oben bist. Lass die Schulter. Reißen deine Schulter. Ganz entspannt. Atme ganz tief ein. Atme ein. Und aus. Letztes Mal schließ die Beine. Vielen Dank für's Mitmachen. Jetzt geschafft. Ich war. So ihr Lieben. Ich bedanke mich ganz euch. Für das super Training. Das ihr mitgemacht habt. Durchgezogen habt. Ich hoffe keine Pausen. Gibt's nicht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht fleißig mit. Bleibt gesund. Und wir sehen uns in Kürze wieder. Ciao ihr. Liebe Grüße. Tschüss. Super gemacht. Sehr gut durchgehalten. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis bald. Tschüss.